Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell, immer noch am 25.08.2013, heute am Sonntag. Ja, ich hab vorhin gespielt und hab ja gesagt, ich werde es, denke ich mal, hier weitermachen oder aber vielleicht offscreen machen und ich hab's tatsächlich offscreen gemacht. Und ja, ich hab mich hier bei dieser Szene ein bisschen mal, oder bei diesem Szenario einfach mal ein bisschen ausprobiert und es ist wirklich gut, dass ich das offscreen erstmal probiert hab, denn, ähm, also ich hab diese, glaube, ich weiß nicht, ob ich das damals schon mal auf Stealth geschafft habe. Wenn ja, dann war's nur einmal und es ist lange her, also von daher. Aber, wie gesagt, ich hab mich hier ausprobiert und es war wirklich nötig, dass ich das halt auf, ja, offscreen, wie gesagt, gemacht habe. Ich werde mich erstmal hier ranhängen. Die Runde werden mich mit Sicherheit schnüffeln. Oder jetzt auch nicht. Ja, da ist es schon passiert. Nee, also das ist bis jetzt immer passiert. Die Hunde, egal ob ich still bin oder nicht oder ob ich im Schatten bin oder keine Ahnung. Die Hunde werden mich immer erschnüffeln. So, okay, die werden jetzt wahrscheinlich erstmal herkommen. Oder warte mal, ich mach das mal gleich an. Nein! Oh, was mach ich denn? Ja, ich Esel, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich krieg die Macke. Aha. Einfach mal Zeit verschwendet. Ja, es ist egal, ist okay. Wie gesagt, die Hunde. Die Hunde riechen mich so oder so. Ich werde auf jeden Fall mal da hinten das Licht ausschießen. Kannst du das? Oh, nein! Wie gesagt, ich muss die ganze Zeit aufpassen wegen dem Scharfschützen da oben. Ich glaube, es ist doch nur einer. Ich glaube, da ganz hinten in dem Turm ist keiner. Aber da... Die Lampe kann ich nicht zerstören. Und das ist halt das Negative. Ich speichere mal. Aber das ist halt das Negative. Man sieht, wie bei dem ein Level... Oder zwei Level zuvor, da konnte man ja diese Scheinwerfer auch nicht sehen. Also man sieht das Licht, aber nicht die Lichtkegel. Und das ist halt sehr schlecht. So, warte mal, jetzt kann ich das nächste zerschießen. Wobei das da hinten... Okay, ich werde es mal probieren. Ich werde mal jetzt warten. Genau, der Kegel. Es muss auf jeden Fall alles schnell gehen. Also auch wenn ich... Backe, ich weiß, ich bin jetzt im Licht, aber es... Ja, da hat er mich gesehen. Ist okay. Ja, wie sagt ihr, das ist wirklich schwierig hier. Das ist kein Zuckerschlecken. Also ich würde so allgemein auch auf jeden Fall sagen, dass das... Das ist ja das finale Level. Und das finale Level hat auf jeden Fall... Ähm... Ja. Da muss man halt alles einsetzen, was man bisher gelernt hat. Und jetzt geht der da lang. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist falsch, dass ich jetzt losgelaufen bin. Da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Du, den habe ich aber vorhin überhaupt gar nicht gesehen. Und ich habe mich hier... Wiss ich wie lange... Ach so, ja. Nee, klar. Das ist der andere. Ach so, okay. Ja, das ist der andere. Der ist jetzt... Weil ich da die Lichter kaputt geschossen habe. Guck der nach. Ich wollte schon sagen, der Typ ist mir davon gar nicht aufgefallen. Und um mich besser umzugucken, habe ich auch... Offscreen habe ich die alle fertig gemacht. Also alle kaputt geschossen. Und selbst das war überhaupt nicht einfach. Denn wie gesagt, überall... Also wie gesagt, der Scharfschütze macht das... Ja. Es war einfach nicht gut. Es war echt schon eine harte Nummer. Ich denke mal, naja, vom Timing her, wie gesagt, wenn das jetzt wieder... Wenn der jetzt wieder an seinen Posten ist, dann erst dann kann ich losgehen. Das ist alles Timing-Frage, deswegen... So, und das hier müsste auch der 71. Part sein im Let's Play. Und ich denke mal, über die 85 werde ich hoffentlich nicht kommen. Denn... Naja, was heißt hoffentlich? Ich meine, so schlimme sind jetzt so nicht, aber... Oh, der ist immer noch da hinten. Der soll dann seinen Posten zurück. Den kann ich hier nochmal speichern. Wie gesagt, sonst geht Zeit verloren. Ja, ich muss auf jeden Fall dort durch die Hecken. Und dann praktisch zum Haus. Und dann in den Keller hinab. Aber ich kann es ja jetzt mal probieren. Nein, das war schlecht. Denn er kommt jetzt direkt auf mich zu. Nochmal speichern. Jetzt wird mich der Hund schnüffeln. Ich weiß es. Geht wieder Zeit verloren. Ja. 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 Ich sag's doch. Hey. Mein, da geht das schon wieder fast sechs Minuten hier. Boah, da kann ich wahr sein. Geh einfach. Komm, geh einfach. Der scheiß Scharfschütze, ey. Der macht mich jedes Mal so. Ich speichern nochmal. Jetzt geht der da lang. Okay, warte mal. Die kommt. Er hat die Fährte verloren. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Okay, dann mach doch jetzt hin. Ey, geh doch einfach. Ja, Hund, geh. Komm, speichern. Das ist jetzt scheiße. Jetzt kommt der erst hier lang. Das ist doch nicht normal. Ist jetzt echt ein schlechter Timing, dass die jetzt erst hier... Verdammt. Okay, vielleicht kann das ja doch was werden. Der Lichtkegel kommt jetzt erst. Ich glaube, jetzt geht er. Jetzt einfach durchrasen und hoffen. Ja, ja, ja. Es sieht gut aus. Ist kein Problem, ist kein Problem. Das ist kein Problem. So, warte mal, jetzt muss ich hier... Genau vor mir ist... Genau vor mir ist nämlich jetzt auch ein Typ. Da muss ich schnell reagieren. Da ist irgendwas. Genau, die Waffe einstecken. So. Das macht keinen Sinn. Ach, du Scheiße. Ich war direkt... Okay, warte mal, das ist jetzt auch nicht gut, dass der hier ist. Warte mal, ich mach das mal. Ich glaube, ich habe was gehört. Genau. Ach so, um noch zu sagen, als ich vorhin Offscreen gemacht habe, da habe ich den einen kaputt gehauen und habe mir seinen Code geholt, denn ich brauche hier einen Code. Also ich habe den Code jetzt, aber ich habe niemanden kaputt gehauen, wenn ihr versteht. Somit ist es immer noch... Stealth-Modus, nun geh doch mal da ran. So, warte mal, 2, 1... 2, 6. Genau, jetzt ist das Tor nämlich offen. Ich scheine Gespenster zu sehen. So, der geht da lang. Der Hund kommt langsam auf mich zu. Der da hinten sieht mich nicht. Ach, ist das geil! Jawohl, und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Und ab in den Keller. Alter, ist das geil. Ich habe es. Ach, ich finde es... Ne, ganz ehrlich, wenn ihr das erlebt hättet, wie ich mich vorhin gefreut habe, weil, wie sagt, das ist wirklich ein hartes Stück Arbeit, dass man da überhaupt hinkommt. Besonders das Schlimme ist, die Hunde, die verfolgen mich bis hierhin. Aber ich habe es geschafft. Ich glaube, es ruckelt jetzt ein bisschen, oder? Oh, ist das schön. Auf jeden Fall hole ich mir gleich die ganzen Medipics. Äh, ja, schon wieder Medipics. Meine Güte. Medipics. Und wir haben es geschafft. Wir sind im Gebäude. Und sind... Uh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?